Wie steht es denn Sätzen? 2-2! Schlegel im blauen T-Shirt, TTC Stambach, gegen Christoph Teile, Kronach, der das erste Turnier hier schon gewonnen hat. Materialspieler, ganz schwerer Spielbedingungen, es ist extrem feucht. Meines Erachtens, meiner Einschätzung nach, leichter Vorteil für Materialspieler, die dann halt die wässrigen Bälle einfach niederschieben, und dann kannst du voll durchziehen, das macht Floppen, der Ball fällt nach unten. Trotzdem hält sich der Bälle richtig gut, 2-2. Und schon nicht auszuschließen, dass da einfach schon der Ball nass war und runter rutscht. Der war trocken. 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 Schatz, TTC. Komm, ein, drei. Auf! Zeig, zeig. Zeig. Zeig! Zeig, zeig. Seig. Zitz. Das war siinä. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Mann, hau halt'n an. Ja! Sorry. Okay. Ich brauche den. Keks. Ach, sechs. Okay. 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 Okay.